ja 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 die Leute herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play GTA 3 wir machen heute die nächste Mission die Karte muss ja überhaupt nicht da rein unser kleiner Secure, unser kleines Secure Car aber naja, scheiß auf die Karate, die ich bin so wir müssen zurück zum D das ist so die nächste Aufgabe die wir jetzt haben ja ich weiß, hier steht noch eine links offen da kommen ja mehr genug Kohle dann bringen wir die Mühle da hier haben wir den Club ich glaube es haben wir Tore erschossen, haben wir das, ne? dieses Club ein Kollege mit der Mafia so, wir fahren wie gesagt jetzt zurück in die zweite Stadt und fahr holen ach da haben wir da nicht schon anfangen können war was? shit wir müssen da hinten rechts wir müssen da hinten rechts ich glaube ich glaube ich glaube wir können hier Und wir fahren, wie gesagt, direkt zum D zurück. Und hoffen, dass es demnächst die letzte Mission sein wird. Alter, wir haben ein Secure Car und fahren auch andere von denen auf. Ich habe das Auto repariert. Ich habe da keinen Schaden gehabt. Ich bin direkt... Kriege ich einen. So, und jetzt auf die nächste Assi-Mission von unserem Freund Donald Trump. Nein, Love. Love's verschwinden. Ja, und das war's wohl. Wie seht ihn los? Der Assi. Yay! Dann fahren wir zu Ray. Wir fahren jetzt zum guten Wald. Gucken, was der gute Pferd vor uns hat. Weg. So. Gut. Im Fadenkreuz. Wir müssen zurück zum Airport. Ach, was? Komm. Die Brücke von der CIA war. Die Frage ist, kriegen wir es hin? Noch, das Auto zu reparieren, weil der qualmt ja auch schon ganz weile. Vielleicht hätte ich jetzt darauf achten müssen. Scheiße. Frage ist, wo haben wir einen Pale Spray? Wir fahren natürlich jetzt unten rum. Da muss ja eigentlich einen Weg unten durch den Tunnel geben. Also die Brücke wird überwacht. Keiner mehr gesagt. Keiner mehr. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es definitiv nicht geht. Tja, war mir klar. Das war mir fast klar. Ich wollte eigentlich unten durch den Tunnel durch. Das war eigentlich der ursprüngliche geplante Plan. Scheiße. Ja. 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 Ich könnte mit dem Panzer überlegen, ob ich das verschaffe. Schaffe ich das mit dem Panzer? Ja, das wäre eine Idee, vielleicht mit dem Panzer zu sitzen. Komm her. Ha! Ja, geht her. Wir machen das anders. Wir setzen das mit dem Panzer. Wir machen das mit dem Panzer. Dann kommen wir auch über die Brücke. Dann machen wir nicht hier einen. Oder steht der nicht mehr da? Da brauche ich ja keinen Cheaten. Ja, klar habe ich hier nur einen. Ja, sehr gut. Irgendwann können wir das Ding nochmal gebrauchen. Die Frage ist... Mach eins. Ist das ein... Ist das ein... Ist das wirklich mit zwei Leuten in dem Panzer zu sitzen? Oder ist das ein Einsitzer? Weil dann haben wir nämlich ein Problem. Verpässt euch. Geht mir nicht alle auf den gleichen Sack. So, heute ist schon wieder sehr lange dran. Mal aufgehen. Ich finde gut, dass es die letzte Mission geht. So, ab im Fadenkreuz. Das wird auch jetzt ein bisschen mit Ray sein. Äh, Moment. Hau ab von mir. Ich habe keine Meldung bisher bekommen, wann das Ray weg ist. Also, können wir über die Bull... Können wir also fahren. Also, scheint es die zwei Säte zu sein. Jetzt können nämlich die CIA schießen, wie sie Lust und Laune haben. Wir kriegen sie nämlich... Jetzt kriegen wir sie nämlich weg. Was war? So, ab zurück nach Schotterdero. So, ab zurück nach Schotterdero. So, ab zurück nach Schotterdero. Gut, dann sind wir nämlich vor, dass es gerade nicht mit dem Auto geht. Dann sind wir die Güter gingen. So, der Typ ist weg und wir hoffentlich jetzt auch. Damit ist auch Way abgeschlossen. Fahrt zu der Garage. Oh, äh, Moment. Fahr was? So, jetzt jagen wir uns ein bisschen mit den Kopf rum. Wir fahren hier oben über die Dings. Ich darf nur nicht die Brücke hochgehen, das wäre das gewesen. Nein! In dem Moment geht es ja natürlich hoch. Du musst doch hin, den Panzer über die Brücke zu führen. Ja! Du kriegst doch hin! Das war der Plan an der Sache. So, dann fahren wir wieder zurück. Das war der Plan. Ich wollte den Panzer auf die Brücke raufbauen. So, wir müssen zu dieser Garage immer noch, von der Way ja gesprochen hat. Die ist hier oben auf der Seite. Okay, hau ab von mir eigentlich mal. Das ist wieder fünf. So, dann gehen wir bis dann. So. 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 Ich habe mir jetzt gerade das Auto zerstört, was ich da haben wollte. Kleber Schokolade. So, wir haben ja was gepanzertes. Was denn das Wort ist? So, dann sind wir hier auch durch. Dann finden wir so nur die A-Missionen. Und ich kann euch schon versprechen, dass sie die... Das sind die letzten Missionen. Die ist aber... Ja, genau, klar. Die ist aber definitiv noch mal ordentlich in sich haben werden. So, Donald ist weg. Ray ist weg. Und jetzt fehlen sie noch. Ja, das ist okay. Die wir ja kennen mittlerweile. Das ist der Favorit, aber ja. Wo die eigentlich schon weggearbeitet haben. Aber die hat doch mal definitiv alles in sich. Und ich glaube, wir werden den Panzer noch mal ein paar Mal brauchen. Das muss ich dann antre Chat sein. No. Da rouge. Fantasisch. T frigere je successor. Oh Jesus. Et jetzt wollten wir es einfach nicht gut及bauen. Just. Gut, dann machen wir das auch. Und dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei der Play GTA 3.